So etwas gibt es nur in Amerika. Während in Europa Langstreckenrennen mit Sportwagen kaum Zuschauer finden, begeistert die American Le Mans Series bei jedem Lauf mehr als 60.000 Zuschauer. Offene Prototypen mit über 600 PS treffen hier auf geschlossene Sportwagen wie den BMW M3. Don Pannot, Medikamenten-Mogul und begeisterter Fan der 24 Stunden von Le Mans, rief die spektakuläre Serie ins Leben. Teamsport ist hier angesagt. Zwei bis drei Fahrer teilen sich bei den stundenlangen Hetzjagden ein Cockpit. Die Geschicklichkeit der Boxenmannschaft ist rennenentscheidend. BMW trat 2001 mit einer blitzschnellen Neuentwicklung an. Szenen wie diese freuten die Bayern und ließ die Porsche-Teams vor Wut kochen. Der bärenstarke M3 mit V8-Triebwerk ließ den Stuttgarter Konkurrenten in der GT-Klasse kaum eine Chance. Die vom Reglement vorgeschriebene Serienversion zeigten die Münchner zudem erst am Saisonende. Natürlich nur interessierten Kunden. Der Ruf, den BMW per Reglementänderung zu stoppen, wurde immer lauter. Doch den Titel in der GT-Klasse konnte BMW niemand mehr streitig machen. Auch wenn Meisterpilot Jörg Müller den letzten Saisonsieg dem roten US-BMW von Hans-Joachim Stuck abtreten musste. Zurück in Europa. Gabi stellt sich zum Track-Test. Den Spitznamen vergeben durch das Schnitzer-Team verdiente sich das heiße Eisen während seiner Entwicklung. Dort war Gabi nämlich richtig zittig. Mit 1150 Kilogramm Gewicht und 450 PS an der Hinterachse ist nicht zu spaßen. Kotflügel, Hauben und Dach sind aus Kohlephase. Teurer könnte Gabi kaum gekleidet sein. Jörg Müller mahnt eindringlich. Lass dich von der attraktiven Hülle nicht blenden. Gabi ist ein wahres Monster. Wenn Gabi richtig in Fahrt kommt, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Das zugelassene Geräuschmaximum von 115 Dezibel erfordert lediglich winzige Schalldämpfer. Der Auspuff endet kurz und bündig im Schweller unter der Beifahrertür. Der kurzhubige Vierventil V8 dreht in BMW-typischer Manier blitzschnell hoch. Bei 7500 Touren erreicht er seinen Leistungszenit. Und dann kann die weiße Diva richtig durstig werden. Ohne auf das Haushaltsgeld zu achten, gönnt sie sich bis zu 45 Liter Super auf 100 Kilometern. Das Sortieren der sechs Gerad verzahnten Gangräder verlangt nach einem herzhaften Griff zum Schalthebel. Schüchternes Benehmen lehnt Gabi grundsätzlich ab und wendet sich schnell vom Geschehen ab. Auch wenn sie deinen Namen trägt, werde nicht vertrauensselig. Sportautoredakteur Jochen Übler macht sich mit dem speziellen M3 vertraut. Werksfahrer Dirk Müller hilft dabei. Wichtigste Hinweise, gefühlvolles Gas geben beim Anfahren, ruhiges Herantasten an Leistung und Grenzbereich. Respekt vor dem ab 4000 Umdrehungen anliegenden Drehmomentberg von 480 Newtonmetern erleichtern die ersten Annäherungsversuche. Doch Gabi zeigt Zähne. Schwänzeln beim Herausbeschleunigen und heftiges Feuerspeien. Warum die Schnitzermechaniker dem Rennwagen diesen Spitznamen gaben, wird immer deutlicher. Warum die Porsche Teams aus der American Le Mans Series auf eine Reglementänderung und damit auf eine Einbremsung des M3 GTR gedrängt haben, wird erst klar, als die Reifen ihre Betriebstemperatur erreichen. Erst dann liegt Gabi richtig los. Lautheitsbrüllend und feuerspeiend lässt sie sich durch das Kurvengeschlängel von Vallelunga dirigieren. Die ausgeprägt bissige Leistungsbereitschaft des V8-Triebwerks beruhigt das Fahrwerk durch seine ausgewogene Abstimmung. Typisch für einen Langstreckensportler. Doch zu schnell endet der Tanz mit Gabi. Die Entscheidung mit dem M3 nicht mehr in Amerika anzutreten, viel schwer. Besonders Jörg Müller. Doch das neue Reglement schreibt mindestens 1000 Serienautos vor oder leistungsmindernde Handicaps. Bleibt zu hoffen, dass für den außergewöhnlichen BMW dennoch nicht zum letzten Mal die Zielflagge gefallen ist. Das waren Bilder. Jetzt geht's wieder. Musik 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 healing Musik Musik Hmm WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018